Ja, willkommen. Ich bin mal wieder am Start in Assassin's Creed Chronicles, Russia. Ich muss hier versuchen, endlich weiterzukommen, zu überleben. Und irgendwie will mir das nicht wirklich gelingen, habe ich das Gefühl, aber okay. Okay. So. Ein Meister-Assassine. Ein Meister-Assassine. Ich habe es. Oh nein, das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Ich habe diese Stelle jetzt endlich geschafft und dann kommt der Vogel da raus. So. Ich hätte dran denken müssen. So. So. Natürlich. Kann man mal hier schnigi, schnigi machen. Da sitzt er nämlich. So. Oh shit. Ich bin mal hinter das jetzt gerade am besten. God. Ich bin mal hinter das jetzt gerade am besten. So. Ich bin draniert. Da kommt noch ein zweiter von denen. Sehr schön. Der sucht mich. Aber der wird mich nicht finden. Denn der Handy. Ich habe mich ja wieder zum Glück versteckt. So. Warum der Suchscheinwerfer da immer noch funktioniert, ne? Das weiß ich jetzt allerdings. There is no escape. We will find you. So. Das heißt, ich muss wahrscheinlich da unten hin. Und dann auf den Vogel da hin. Oh. Ich kann auch nicht mal runterspringen. Ach du Hase. Was war das? Sauber. So. So. Rein da. Ganz schnell raus da. Das kannst du mal wissen. Und dann da hin. Und dann erstmal hier auf die andere Waffe gewechselt. So. Der ist ja ganz böse, wa? Shit. Okay. Gut. Gut. Ich tue wie. Ich tue wie. Ich tue wie. Hm. Nothing. Na, jetzt hat er mich. Da werde ich dafür. Stay where is here. Da wollte ich jetzt mich gar nicht mehr großartig bewegen. Ähm. Okay. Machen wir es anders. Machen wir es mal so relativ easy. Diesmal. Daher scheinbar hier auch keine Verstärkung kommt. Kann man das so machen? Magnetischer Schlüssel eingesammelt. Okay. Spotlights and Snikers. I can't let them see me. So. Ich tippe. Ich tippe. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Ich kann ja einfach mal unten runter. Ja, genau. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Okay. Wieder ein Punkt weitergefunden. Beim zweiten Mal lernt man ja draus, ne? Beim zweiten Mal lernt man ja richtig draus. Dotto. Kling mal hin. So. So. Hallo. Oh, das war jetzt gerade ganz knapp. Uh. Somebody there? Geeze, what happened? Yes, it's still here. That should bring me directly inside the pochard. Uh. We won't catch him down here. Okay. But if we did. What name I hear was a bitch? We got to see it again. Let's hope we're catching before we catch anything else. Uh. So. Why would the Ormoth come down here? This place stinks. What better place to hide, though? And anyway, the master said check everywhere. We got to speech. Well, God. So. So. Unglaublich. Okay, probieren wir es mal so. Wie war denn das jetzt hier nochmal mit diesem Anziehen? Ich der... Ah! Ich doge, ich doge, ich doge. So. Dann hier. Zack. Ja. So. Schriftrolle 2. Äh. What the heck? Wie, ich muss hier lang, oder was? Ach nö, Leute. Mach doch keine Scherze. So. So. Okay. Jetzt darf... Ich muss ja hier rüber. So. Dann heißt... Genau. So. Geschafft. Oh Gott. Oh Gott. So. Wir können gerade nichts weiter machen, außer das gerade. Sorry, dass ich ja dies gesagt habe. Ich habe mich versucht, mich zu konzentrieren, weil... das Problem ist, ich darf jetzt ja nichts machen hier. Vor allem habe ich jetzt meine ganze Munition schon wieder verballert. Echt doofi. So. Ich brauche Munition, ich brauche Munition. Der hat nichts. Nein. Das ist aber ein Schätz, oder was? Das war mir ganz doofe Aktion von mir. Bam, 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 bam. Yes. Geht doch. Ah, sehr schön. Haben wir den Typen da jetzt auch plack gemacht? Wir müssen wieder nach Rom. Ilya. At least one man I can trust. Kolia! What are you doing? Do you want to get killed? They plan on killing the girl, Ilya. You know I can't let that happen. Kolia. You can't save everyone. The whole country is at war. Maybe. But I can save her. Here. The lab's code. Thank you, Ilya. So, Finelion, sprich mit ihm. Haben wir gemacht. So, hol den Truck ein. Äh. Ich bin gerade in die falsche Richtung gegangen. Alter, ich tappe. So, komm. So, komm, 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 komm. Ich muss ihn einholen. Ich werde ihn hier nicht schaffen. So, wenn ich das hier nicht schaffe. Wie? Okay, ich werde das hier nicht schaffen. So. Oh. Lauf, 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 lauf. Ah, ich habe den Truck nicht rechtzeitig erreicht. Ja, hätte ich den Typen auch nicht angesprungen. Hätte ich den bloß nicht angesprungen. So, jetzt aber nochmal. So, wir müssen den Truck da einholen. Los, komm. So, mach ich, mach ich, mach ich. Weil der gerade ganz gut klappt. So, zack, 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 zack. Und dann sind wir drüber. Und dann, zack. Ich fasse es nicht. Millimeterchen. Und auch nur, weil diese Endstelle da mich gerade ein bisschen verwirrt. Sprich, mir ein bisschen Probleme bereitet. So, jetzt kommt nochmal der Truck. So, wir laufen jetzt hier rüber. Jump. Dann hier rüber. So, dann hier rüber. Jump. Genau, weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Jump. So, dann da hin. Jump. Jump, 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 jump. Ich komme. Bis zum nächsten Mal und bis denne.